Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon White. Wir sind in der nächsten Stadt. Ich hab den Namen vergessen. Moment, den sehen wir gleich wieder. Jetzt. Panero City. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Keine Ahnung. Ich fände in diesem Part die Stadt aufkundigen und dann werde ich auf Screen mein Wasser bladen, ja trainieren. Nein. Okay, guess I didn't. Cool, wir treffen gerade von Professor Asche den Vater. Mein Pokédex wurde aufgerüstet, ok. Also sie ist die nächste Arenaleiterin, wie ich hier gerade höre. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok, auch schon die nächste Aufgabe, aber wie gesagt, ich erkundet nur die Stadt in diesem Part. Hier geht es zur Route, glaube ich, 7. War das 7? Jupp. Spend. Ok, sie ist die Arenenleiterin, wo man also in der Arena überall weggeschossen wird oder hingeschossen. Das ist... Oh, was ist das denn? Das werdet ihr aber auch nachher sehen. Heck attack. Ne, heck attack. Also ich habe so ein Gefühl, dass die Arenenleiterin also vom Typ Fluke ist. Also ihre Pokémon. Wenn hier alle immer vom Fliegen kriegen. Und hier sind Flugzeuge, kann ja nur was sein. Fangen wir mal von ganz unten an. Oh, hier ist ein Item. Der Radar verarscht mich aber so richtig. So. So. Das soll noch eins sein. Hä, wo denn? Ach ja. Ha ja. Hahaha. Komm. Können Sie so richtig hoffen? Ö. Oh ja. uego? Nee. Da, birarchen. Firefall, okay. Okay, ist hier was? Nope. Ein Ranger. Okay, hier ist die Arena. Aber gibt es hier was? Wir können aber sowieso erstmal nicht rein, weil wir ja zur Rute sehen müssen. Ich glaube, dass dieser Part wird auch nur ein kurzer Part. Also wird nicht sehr lang. Weil eigentlich habe ich den Part ja nur gemacht, damit ihr kurz seht, was hier passiert, damit ich trainieren gehen kann, ohne dass er was verpasst. Was wollte ich denn ablegen? Ach, habe ich schon mit drin? Obwohl, ich könnte mal Sachen verkaufen, glaube ich. Ah, nicht kaufen. Verkaufen. Was kann man so alles verkaufen? Und dann... Nein, nein, brauche ich. Nuggets, zweimal. Ey, so wieder da, Leute. Ops. Ich wurde gerade gestört. Brauchen wir alles? Ewiges Eis. Ewiges Eis? Nicht wirklich, aber lassen wir. Ähm... Riesenfels. Lassen wir auch mal drin. Lassen wir auch mal drin. Sternung. Weiß. Herzsch... Oh, wir haben eine Herzschuppe. Puderwärm. Okay. Perle. Kann man jetzt verkaufen. Wundersatt, kann ich das verkaufen? Ja. Okay, das behalte ich ja alles. Sonst, okay. Gibt's nichts zu verkaufen. Also Leute, ich beende hier den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.